Also, machen wir gleich weiter und diesmal wollen wir einfach an der Halt-Mission weitermachen. Und zwar, wenn wir zum Versteck von Errin, doch Errin heisst sie, oder? Dann gibt dich zu Errins Versteck im Südfeuchtel. So, die Stadt, Südviertel, möchtest du dieses Viertel geben? Ja. Stürzer ist gross und kann tödlich sein. Jaja, ich meine, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal festgestellt. Ich meine, du könntest schon runterkumpen und dann hättest du die unten... Zuerst schmettert. In Riverside steht eine alte Mühle, in der Errin mal gewohnt hat. Die sollte ich mir genauer ansehen. Ja, da hast du nicht unten recht. Du sauerkotzt mich nicht an. Warte mal, warte mal. Da habe ich mal schnell das Ding. Oh, 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 oh. Wirst du weich? Nein, sie zucken zu wenig. Ein schlechtes... wie heisst das? Schlechtes... sagen wir, Ome. Was ist da? Haben wir doch gerade da aus. Wenn wir doch gerade da aus, haben wir doch echt einen Weg aus. Was ist das? Vielleicht man... Und im Vorger sicherlich. Und noch der Kogon-Leader. Was ist jetzt hier? Gar nicht, hier ist es nicht. Nein. Dann war es das... Aber immerhin alle etwas geholt. Musiker. Die Schwermut. Aber immerhin immerhin schon... Ja... Der ungemiss... Oh, komm. Das stimmt nicht. Ja, 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 und das stimmt nicht. Weil ich den verliebt habe. Oh. Oh. Ich muss mehr schlafen. Das wäre jetzt ein bisschen mehr als knapp. Da hätte man auch so Sachen rüberlatschen können oder sich rüberhängen. Das wäre jetzt noch eine ganz coole Sache. Das ist nur aus dieser Stelle. Okay, gut. Äh... Das ist immer noch ein paar Minuten. Das ist nicht mehr. Oh! Das ist ein Mann, oder? Wo ist das? Ah, doch, doch. Ups, gar nicht mehr. Landet doch immer geschlüsselt, ach ne? Was haben wir denn? Ne, ne, rechts die Bohnen. Wahnsinn. Knack mal das Schloss. Wollt ihr? Ich weiß nicht, dass wir hier sind Das ist eine Art Nürnberg Äh, kann man das Ding... Wow! Panzerglas! Panzerglas! Sorry, dass ich es gesehen habe. Äh, da haben wir es so... Oops, sorry... Also unten rein und oben müssen wir... Ladebildschirm... 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 Das langt für einen Schluck Kaffee... Uah! Wird geladen! So, so... Also sind wir jetzt da... Bis hier... Vielleicht noch nicht mehr richtiger waren... Oh! Was haben wir da? Und das... Masse... Super! Das geht doch wirklich aus Limon ein... Da haben wir es nicht... Jetzt kommen wir da raus... Nee... Also... Ah... Können wir da mal ein richtig äusseres Ziel... ...und ein weiterer Biss... Schublade, ja. Schublade von Luft. Ja, viele hat es nicht da drin. Genial, ey. Oh Gott, oh Gott. So eine Kackegabel, gehe ich da rein? Ja gut, das kannst du nicht wissen, was da drin ist. Das kannst du doch nicht wissen. Da kannst du nichts nehmen, dort kannst du auch nichts nehmen. Ja. Nicht übel, nicht übel. Mach doch gut. Und nächste Feinste. Schreckt ne? Oh, vor der. Schreckt ne? Schreckt ne? Schreckt ne? Schreckt ne? Schreckt ne? So, so. Mal mal gucken. Ich lese es jetzt nicht durch, ich lass es einfach mal so stehen. Ja, eh wird wahrscheinlich ein Diebstahlmalltag. Gut, wenn es Sonntag macht, das war schon die für Pfiffig an. Äh, ja. Ja, gut. Schon mal schließen. So, jetzt auch nicht den... Mein Gott, Willi, immerhin ein Film. Immerhin ein Film. Jetzt noch ein Film. Super Bild. Oh, da ist noch ein Schublade. Hm, Taschen braucht er nicht. Milchkannen. Da hat es noch ein Bild. Ist das etwas? Nein, das ist nichts. Jetzt haben wir hier nichts mehr. Und dann heulen wir wieder ab. Heulen wir doch wieder ab. Und da ist dann auf. Das müsste eigentlich auch nicht sein. Es müsste noch mal aufstammen müssen, wenn wir... Äh... Einbrochen. Also, man bricht ein, oder? Dann stammt es auf. Und... Wenn du reisen kannst, musst du noch mal... Äh... Das müsste ich noch mal aufschieben. Am Feierabend. Das wars. Ja, und jetzt habe ich zum... Äh... Das gehe ich sicher wieder da an, wo ich sehe bin. Oh, ich muss sie hin. Ich hab mich nicht hier. Ich hab mich nicht hier. Oh, ich hab mich zu da, wo ich sie hier. Ich hab mich nicht hier. Oh, du hast dich da an, wo ich da an. Oh, oh. Unruh, wo du das so gut geht. Schöne Falle, was du leckst, hast du gar nichts. Schöne Falle, was du hier leckst. Jetzt wollte ich zu Ehre ins Versteck und nur feuchte Blünder. Äh feuchte Blünder! Boah, Gott! Ich gehe nur Blündern anstatt dem Ding nachzugehen. Die Mission. Das ist kein Besser. Äh. Ich will nicht sagen. Das wollte ich gerade sagen. Hoppala. Haben wir da hinten etwas? Oh ja, da hat es doch etwas. Wenn der natürlich die Feuchte auflässt, ist er natürlich auch selbe schuld. Dann ist er natürlich selbe schuld. Also da, mal schnell schauen. Eine Flasche, kann man nur verbieten. Ja, der Inventar voll ist klar, kannst du nur eine Flasche mitnehmen. Da steht mir da nichts. Da steht mir da oben. Das Viecher, nein. Was ist das? Ein Rose? Oh, es lebt ein Rose. Ja, ja, ja. Wenn du sie noch mal da aufhören würdest. Ja, läuft doch wieder rum. Warte mal. Das ist schon bei Kai. Oh, dann ist das nicht. Ich glaube auch. Komm, jump doch runter. Oh Mann. Also dann machen wir halt aus der Ehrins Mission die etwas tun. Warte. Und Seifach. Äh, kann ich da hin? Nein. Nein. So, ich habe noch mal. Wir haben noch eine halbe Woche. Warte mal. 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 Klären wir doch zusammen was sie das Zeug haben. Da hat einen. Hä? Und welchen Sack hat der Steckbrief von uns? Ein Brief, Ollis Witwe. Wo haben wir da einen Spielefortschritt? Ich habe es gelassen. Ah ja, in Wendorf, genau. Dokumente, Südviertel, Brief von Ollis Witwe. Okay. What? Da ist doch etwas. Oh, da ist doch eine Tür aufgegangen. Was haben wir da? Oh, 30. Und 80. Das hat er jetzt gemacht. Das hat er jetzt gemacht. Aber sonst, äh, tut ich, aber, äh, die Lampel geht nicht. Äh, so kann er auch laufen. Äh, ja, da ist doch nichts mehr. Adios, kommen wir wieder. So, jetzt. Ich gehe ja durch, bitte. Äh, das ist gut, oder? Ja, ähm. Komm ich jetzt? Einfach. What the fuck? Ja, genial. Was ist denn der Deck? Wann ich ja kommt da drüben, oder? Wir können da drüben oder jumpen? Äh, die Unknown-Rest ist bestimmt noch etwas. Gött, ähm, ist doch bestimmt noch etwas. Oh ho, ja ja. Oh, tälle onks sogar bis aboot, ja. Si, beee, ja. Aha. Aha. Da kommen wir ane rein. Aha, da auch nicht. Auch so kommen wir da oben. Oh, da haben wir doch noch etwas. Ja, Ronin, super. Ja, da oben los. Ja, da oben los. Ja, da oben los. Ja, da bin ich ja gerade so in dem richtigen Weg. Aber ja eigentlich da oben rein, wenn wir das irgendwie möglich gewesen wäre. Aber das ist es ja nicht. Ja, da oben los. Ich bin ja gar nicht. Oh, oh, was gseh ni da? Was waren wir noch da nicht mehr? Sieh an, was haben wir denn da? Ja, ja, ein Sammler schon. Da wird doch irgendein Biss. Funkelt, oh Gott. Schnell weg hier von dem Fisch. Weg, seht mi da. Ah, da, natürlich. Da fanden wir die nicht mehr. Ah, jetzt sind wir noch schnell weg. Jetzt sind wir am Seil. Ah, da hat er funktioniert. Jetzt weiß ich wenigstens, wie er macht am Scheißseil. Ich weiß nicht, ob ich meine Frau nicht mehr verhaut habe. Oh, das ist ein wenigstens. Ich weiß nicht, was ich nicht mehr. Nein! Wiener Geflüge Oh! 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 Tief! Oh, come to town! Oh! 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 Jetzt müssen wir hier ein paar Sekunden machen. Also, ich würde sagen, es war ein langer Fahrtück, da wollen wir uns nachher noch mal aufmachen zum Verstecken der Erdung. Ich würde sagen, es war ein langer Fahrtück zu werden. Vielen Dank.